Vielleicht können wir ihn wieder runterlocken, wenn wir hier unten lang gehen. Nein. Okay. Mir nach. Ich habe den Feuerkristall erhalten, das heißt wir machen erst mal da kaputt. Für die Rune. Bin ich froh, wenn wir eine Seite gesichert haben. Schlag sie zurück. Versteckt die Deckung. Sie sind überall. Ich schmeiß den jetzt einfach mal, so. Feindlicher Angriff. Sie sind überall. Sie sind hier. Ganz ehrlich, wenn wir schon hier sind, dann töten wir auch gleich mal den hier oben. Netter Versuch, jetzt bin ich dran. Das A2 direkt bei meinem Lager sind, finde ich jetzt nicht so schön. Oh. Ohne Krieger zu mir. Gottes weh, kriegt ihr hier mal einen Tod. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Ich warte. Feindlicher Angriff! Sie sind hier! Feinde! Das ist ein Hinterhalt! Die Rune befiehlt sofort ausgeführt! Wir werden angegriffen! Wir machen mein mittleres Haupthaus kaputt. Das ist auch nicht schön. Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Gott sei Dank, da können wir oben dicht machen. Verstärkt die Deckung! Mein Angriff! Wir müssen halten! Schließt die Reihen! Das ist ein Hinterhalt! Und schon wieder! Und los! Das ist meine Heilere gestorben! Ah! Das ist ein Hinterhalt! Schuss! 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 Feinde! lasst uns anfangen schlag sie zurück das ist ein hinterhalt eine meiner leichtesten übungen okay habe ich ein feuerkristall ja ich habe so wo gibt es steine hier hier gibt es steine die ich abbauen kann gut sobald die steine hier geliefert wurden ja ja das scheiß teil lasst uns anfangen wird gemacht was wünschst du das gebäude ist fertig gut die seite ist safe und los was wollt ihr was ich hier zum glück ziemlich viel habe dann ist er wird gemacht platz um da kommt wieder ein angriff ich höre ich habe einen feuerkristall gefunden eine meiner leichtesten übungen platz für nahrungsmittel das gebäude ist fertig eine meiner leichtesten übungen netter versuch schließt die reihen vorsicht gegner guckt in die hände männer kostet meine klinge kostet meine klinge also ja ich glaube ich muss einen oder sollte einen der kristalle erstmal neben lassen schließt die reihen was wollt ihr hier schließt die reihen schließt die reihen schließt die reihen oben zu gucken, was da ist. Also ich glaube, den da lasse ich am Leben. Die anderen beiden räume ich dann aus. Also räuche ich dann aus. Was ich nicht möchte, ist noch so ein Torwächterdrachen in die Indie laufen. Okay, die sind auch außerhalb die Torwächterdrachensteinchen. Also können wir theoretisch den kaputt machen. Das Gebäude ist fertig. Gibt es Arbeit? Bringt mir Steine. Ich muss dringend die große Waffenkammer bauen, damit ich endlich eine Verteidiger holen kann. Und hier dann Nahrungsmittelzucht. Oder hier, hier ist noch mehr Platz. Auch besser, ja. Hier, sofort. Für die Freiheit. Sie werden angegriffen. Habe ich eigentlich gerade ein Feuerkristall. Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Gleich wird es Bummen machen. Auf mein Zeichen. Und los. In die Schlacht. Feindlicher Angriff. Schließt die Reihen. Feinde. Vorsicht, Gegner. Feinde. Wohnenkrieger zu mir. Ihr habt bereits einen der Kristalle. Nur einer kann getragen werden. Dieser ist verloren. Okay. Was steht an? So, ihr baut mir ein Nahrungsmittellager. Ach, am besten hier hin. Dann können wir hier und hier überall dann meine Zuchten errichten. So. Hier ist 1000 Mondsilber. Hier waren nur 750. Das heißt, hier errichten wir eine Mondsilbermine. Nicht half zur Ehre. Ja. Auf meinen Befehl. Zur Ehre, Aonius. Stand halten, Männer. Sie sind hier. Und ja, ich kann mit meinen ersten Verteidigern anfangen. Ah, nein, 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 nein. Ah, ah, halt, 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 halt. Deh, 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 deh. Äh. Wurfhammer. Jetzt kann ich mit meinen Verteidigern anfangen. Und hey, wir haben Stufe 28 erreicht. Das Gemeinde ist fertig. Ja, das können wir uns abschminken. Feindlicher Angriff. Also machen wir das. Und das heißt, ich kann auch... Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. So eintragen. Schließ die rein! Der hat dann leider verwehrt. Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Auf mein Zeichen. Und los! Zum Angriff! Meine Mahre muss ich euch. Gut. Gut. Schon so gut wie erledigt. Niet half zur Ehre. Eine meiner leichtesten Übungen. Das wird ein Meisterwerk. Eine meiner leichtesten Übungen. Schlagt sie zurück! Ein Angriff! Schließ die rein! So, wieder ein Feuerkristall kaputt. Feinde! Sie sind hier! Und da ist mein Magier gestorben. Aber das ist mir jetzt egal. Ich speicher hier jetzt mal. Let's play. Und dann gibt es jetzt hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich. Und dann ist worry. Und dann geht das Idee. Und dann geht es mir, Dann geht es mir jederzeit. Vielen Dank.